Diese Woche dürfen wir Ihnen, liebe Zuseher, eine absolute Besonderheit präsentieren. Zum Verkauf angeboten wird ein wunderbares Wohnhaus in angenehmer, ruhiger und vor allem sonniger Lage. Das gesamte Wohnhaus oder die Wohnung separat sind käuflich zu erwerben. Ideal aufgeteilt mit zwei barifizierten Wohneinheiten, Vollunterkellerung und zwei Garagenstellplätzen. Das Haus ist eingebettet in eine traumhafte Siedlung, wobei der Gröbmingbach eine hübsche Grundgrenze bildet. Das sanfte Plätschern des Baches lädt ein, Kraft zu tanken und die schöne Umgebung auf sich wirken zu lassen. Erbaut wurde das Haus im Jahr 1993. Es eignet sich bestens als Einfamilienhaus, als Zweifamilienhaus oder als Wohnsitz für eine Familie mit Vermietungsmöglichkeit. Durch den hübschen Garten kommt man zum gemeinsamen Eingang und Stiegenhaus der beiden Wohnungen. Der Keller punktet neben dem Heiz- und Tankraum vor allem mit gemütlichen Räumlichkeiten, einer Waschküche und einer Sauna. Folgende Raumaufteilung finden Sie in diesem schönen Haus vor. Das Erdgeschoss mit ca. 75 Quadratmeter Wohnfläche besticht durch einen wunderbaren Stil, helle Räume und durchdachte Aufteilung. Durch die Küche gibt es beispielsweise ein Durchreichfenster zur gemütlichen, sichtgeschützten Sonnenterrasse. Vom geräumigen Wohnzimmer gelangt man durch die Tür auf eben diese. Über optisch ansprechende Holztreppen gelangt man in die obere Wohnung, welche knapp 5 Quadratmeter größer ist, jedoch ansonsten dieselbe Raumaufteilung aufweist. Das Badezimmer ist mit Badewanne und Dusche ausgestattet, die Schlafräume stilsicher gestaltet. Über das Wohnzimmer kommt man auf den Balkon, welcher am Nachmittag Richtung Westen spektakuläre Blicke in die Grübninger Berglandschaft bietet. Verfügbar ist das gesamte Haus grundsätzlich ab Ende 2019. Allerdings gibt es die Möglichkeit, bei Erwerb des gesamten Hauses den oberen Stock bereits jetzt zu übernehmen und zu bewohnen. Wenn Sie Fragen haben oder eine Besichtigung wünschen, rufen Sie uns einfach an oder schreiben uns eine E-Mail. Und nun unsere Kurzimmobilien der aktuellen Woche. Unser Objekt 1, ein wunderschönes Landhaus mit großem Grundstück in Moslhandel. Zirka 274 Quadratmeter Wohnfläche und knapp 3,6 Hektar Grund. Eine Vollunterkellerung sowie eine Garage sind die Markenzeichen der Immobilie. Der Kaufpreis 295.000 Euro. Und unser Objekt 2. Tolle Wohnungen in ruhiger Lage im Neubauprojekt Sonnendorf-Öplan. Bau von 5 Häusern mit gesamt 30 Wohneinheiten. Zweitwohnsitzfähig. Ideale Anlegerwohnungen mit Netto-Kaufpreis. Der Kaufpreis auf Anfrage. Und schließlich unser Objekt 3, eine ideale 2-Zimmer-Anlegerwohnung in Eich. Mit etwa 43 Quadratmeter Wohnfläche und hochwertiger Einrichtung. Übergabe voll möbliert. Die Wohnung wurde zuletzt immer touristisch vermietet und hat dabei beste Bewertungen gesammelt. Der Kaufpreis 110.000 Euro. Untertitelung des ZDF für funk, 2017